Was ist mit meiner blauen Jacke? Nach einer sehr anstrengenden Konversation mit der Verkäuferin, nach der wir beide heulten, bekommen Sie Ihr Geld zurück. Ich will die Jacke. Ja, natürlich. So akzeptiert der Computer nicht mein Passwort. Oh nein, nein, das ist... Das ist mein Laptop. Dann bringen Sie mir meinen. Wecken Sie mich um Mitternacht. Oh, aber nicht erschrecken. Spielen Sie ein Schlaflied und drehen Sie es langsam lauter. Aber was machen Sie noch hier? Ich bin immer die Letzte hier. Nein, ich bin immer der Letzte. Die beiden sind doch eigentlich immer hier. Wir können Sie in einen Raum sperren, dann haben Sie Sex miteinander. Wenn Sie es treiben, sind wir frei. Wir würden gern den Fahrstuhl für ein paar Minuten anhalten, damit sich zwei Leute verlieben. Wow, wer ist der Kerl? Raus jetzt, Mister. Es geht los. Oh mein Gott, so fangen meine Albträume auch immer an. Was tun Sie? Was tut er denn? Hören Sie auf damit, jetzt. Stopp, stopp, stopp. Ich muss das loswerden. Wir wissen alles über die beiden, was sie mögen und nicht mögen. Wir sind die Marionettenspieler hinter dem Vorhang. Hat Rick gute Tickets für die Yankees? Nein. Er sitzt wie Fußvolk auf der Tribüne. Ja, natürlich. Wir wollen, dass sich die Leute auf diesen Plätzen küssen. Riesen! 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 Die Welt gehört so frei! Ich nehme mich für heute frei. Morgen komme ich später. Wir haben es geschafft. Zwei unglückliche Menschen sind glücklich. Ich bin stolz auf das. Woher kennt ihr zwei euch? Wir sind Freunde. Das ist Matt. Was soll denn der Ton in deiner Stimme? Kaut, rot, kaut, schwarz. Ich werde garantiert nicht zulassen, dass er mir erklärt, wie die Welt funktioniert. Wette dich selbst. Wir machen auf doppeltes Lottchen. Nein, stimmt nicht. Okay, ich habe den Lindsay Lohan-Film oft genug gesehen, um zu wissen, dass wir genau diese Strategie verfolgen. Für mich ist wichtig, dass ich nicht mehr als Assistentin arbeite, wenn ich 28 bin. Ich bin 28. Oh mein Gott, tut mir leid. Für dich, das ist echt hart für dich. Ich bin 31. Untertitelung des ZDF, 2020